Nach fünf Spielen in Folge in der Bundesliga muss der VfB jetzt zum FC Schalke. Am Sonntag geht es nach Kelsenkirchen. Jürgen Gramny hat sich bei der Pressekonferenz so präsentiert, wie man ihn kennt aus seiner Zeit hier als Cheftrainer. Gewohnt sachlich, aber auch mit großem Selbstvertrauen und dazu hat er allen Grund. Die Mannschaft hat Selbstvertrauen getankt in den letzten Spielen in der Rückrunde unter Jürgen Gramny und kann demnach auch mit großem Selbstbewusstsein nach Schalke fahren. Personell denke ich, dass der VfB-Trainer nicht große Gründe hat, etwas zu verändern. Mit Alexandru Maxim als Didavi-Ersatz hat es zuletzt gut geklappt in dem einen Spiel, in dem Daniel Didavi gesperrt war. Trotzdem denke ich, dass Daniel Didavi wieder in die Mannschaft rücken wird. Einfach wegen seiner Torgefahr strahlt er eine ganz andere Gefährlichkeit nochmal für den Gegner aus. Deshalb wird er höchstwahrscheinlich wieder ins Team rücken. Ansonsten, wie gesagt, gibt es keine Gründe, etwas zu verändern. Das Team hat sich in der Form bewährt. Es gibt keine Sperren. Es gab leicht angeschlagene Spieler unter der Woche. Niedermeyer war erkältet. Kostic ein bisschen Problem mit dem Knöchel, aber Jürgen Gramny hat schon bekannt gegeben, für Sonntag sieht er da keine Gefahr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017